Ja, hier haben wir die Gesamtliste von Barcelona, äh, beziehungsweise die Gesamtliste mit zurzeit 308 Tauben. Wir haben jetzt den 3.8.2020, circa 17.31 Uhr. Und, äh, ja, ich fahre halt mal die Liste rauf und runter. Ja, ihr könnt ja dann anpassen, wo, äh, die entsprechende Abschnitte hier sehen wurden. Ja, in der Zone 1 sind zurzeit 130 Tauben, in Zone 2 sind 121 Tauben. Ja, das war's auch schon. 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 Ja, das war's auch schon.